Ich bin Stefanie Kau und ich studiere hier im Studiengang Biotechnologie. Dieser Studiengang ist ein sehr komplexer Studiengang. Es gibt sehr viele Praktika, so Chemie, Biologie, alles, was sich dann zusammen addiert zu der Biotechnologie. Man lernt auch Elektronik und Fermentationstechnik zum Beispiel. Und die älteste Biotechnologie, die man so kennt, ist das Bio-Braun. Also da kann man sich schon gut daran orientieren. Besonders viel Spaß macht mir, dass dieser Studiengang sehr praktisch orientiert ist, weil man dort mit den Händen lernt, was Biotechnologie ausmacht. Dadurch, dass die Studiengänge sehr klein sind, ist man sehr eng zusammen mit den Profs und manchmal auch per Du. Es ist ein interdisziplinäres Studienfach. Das ist, was es auch für mich besonders macht, dass man wirklich einen großen Bereich abdeckt. Ein besonderes Praktikum für mich war das Fermentations- und Bioreaktortechnik-Protokum. Da habe ich auch zum ersten Mal so gelernt, wie man mit einem Fermenter arbeitet. Anspruchsvoll auf jeden Fall, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dieser fuse diverseяться sich auf jeden Fall zeigen. Da. 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 Da.